Mein Name ist Rita Schiavi, ich komme aus der Schweiz, von der Gewerkschaft Unia und ich bin die Präsidentin der Frauen auf internationaler Ebene bei der Bau- und Holzarbeiterinternationalen. Ich bin Rita Schiavi, ich bin aus der Schweiz. Ich bin die Präsidentin der Organisation für die Frauen in der Zusammenarbeit von der Gemeinschaft Unia und der Industrie. Ja, wir haben hier in Skopje ein Seminar für junge Frauen, die neue Leader-Positionen einnehmen in den Gewerkschaften aus aller Welt. Die Bau- und Holzarbeitergewerkschaften sind fast überall auf der Welt, vor allem männlich geprägt, traditionellerweise, weil in den Bauberufen viel mehr Männer arbeiten. Das gilt nicht ganz überall. Es gibt in Indien zum Beispiel viele Bauarbeiterinnen, in Nepal viele Bauarbeiterinnen, aber traditionell sind es mehr Männer, die auch an der Spitze der Gewerkschaften standen. Die Bauarbeiterinnen und die Bauarbeiterinnen und die Bauarbeiterinnen und die Bauarbeiter sind. Die Bauarbeiter sind sehr, wie beispielsweise, die Bauarbeiter sufunden und die Bauarbeiter sind arbeit. Als Frauenkomitee arbeiten wir seit Jahren daran, mehr Frauen in die Gewerkschaften zu organisieren und mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Und wir haben großen Erfolg, an unserem letzten Kongress vor zwei Jahren konnten wir durchsetzen, dass 30% der Führungspositionen auf internationaler Ebene von Frauen besetzt werden. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass wir diese Frauen auch schulen, damit sie eben ihre Führungsaufgaben auch gut wahrnehmen können. Und dieser Schulung dient dieses Seminar, das wir hier in Skopje jetzt haben, drei Tage lang. Es ist wichtig, dass sie ihre Führungspositionen können, dass sie ihre Führungspositionen können. Seminar in Skopje ist dieses Ziel und wird drei Tage dauern. Was ist der Grund dafür, dass es nur wenige Frauen in den Leitungspositionen gegeben hat? Ja, weil eben traditionellerweise die Gewerkschaften sehr männlich waren, vor allem in Europa. Es gab wenige Bauarbeiterinnen, auch heute noch. Aber es kommen auch neue Berufe im Baugewerbe, die vermehrt von Frauen auch besetzt werden. Zum Beispiel Ingenieurinnen, haben wir immer mehr auch Bauingenieurinnen, immer mehr auch Frauen. Und diese werden jetzt auch aktiv in der Gewerkschaft. Das ist, weil sie auch noch mehr Frauen in der Gewerkschaften sind. Und das sind, sie haben noch neue Frauen in der Gewerkschaften. Und das sind, sie haben noch mehr Frauen in der Gewerkschaften. Vielleicht noch etwas zu diesem heutigen Morgen, dieses Open Forum. Das dient auch dazu, die Gewerkschaftsfrauen mit Organisationen der Zivilgesellschaft zu verbinden. Gerade im Bereich der Frauen haben wir in der Zivilgesellschaft fast auf der ganzen Welt auch starke Frauenorganisationen. Und es ist wichtig, dass wir Gewerkschafterinnen uns auch mit diesen Frauenorganisationen verbinden oder mit der Umweltbewegung verbinden und gemeinsam kämpfen, weil wir dadurch natürlich auch stärker sind. Es ist wichtig, dass wir Menschen mit der Zivilgesellschaften mit der Zivilgesellschaften, so können wir uns zusammen zusammenarbeiten, dass wir uns sehr stärker sind. Ich bin der Zivilgesellschaft von der Zivilgesellschaft, das ist ein Teil der Zivilgesellschaft, das ist ein Teil der Zivilgesellschaft, das ist ein Teil der Zivilgesellschaft. Wir sind ein Teil der Zivilgesellschaft, das sind ein Teil der Zivilgesellschaft, das ist ein Teil der Zivilgesellschaft, der sie sich mit den Schügel aus der Zivilgesellschaft, und die Zivilgesellschaft, wo wir die Möglichkeit haben, dass wir unsere Veränderungen und Erfahrungen haben und Erfahrungen sind. Und ich glaube, dass wir vielleicht etwas mehr lernen können, dass wir uns die Erfahrungen haben. Wie ist die Veränderung der Veränderung? Wie ist die Veränderung der Veränderung? Ja, ich habe gesagt, dass die Räume der Räume, die in der unserer Gesellschaft leben, nicht so gut ist. Aber die Räume ist, dass die Räume ist, dass die Räume auf die Räume ist, dass sie in der Mache und die Mache sind, in der Politik und die Gesellschaft, in der Gesellschaften, in der Gesellschaften. Das ist das, was es ist, dass es eine sehr gute Arbeit und Unterstützung und Unterstützung von unserer Regierung, um die Frage auf die Frage, die sie für sie heute sind, insbesondere auf die Emancipationen. Wir machen unterschiedliche Parallel, wo sind die Makedonien und die Makedonien und die Makedonien, Ich bin Ivana Dimitrova, ich bin ich Mitglied der Sinderung für Gratis und Druze und Projekte. Ich bin ein Mitglied der Sinderung für Gratis und Druze und Druze. Ich bin ein Mitglied der Sinderung für Gratis und Gratis. Wie ist das Problem? Ich kann sagen, dass wir in unserer Land, die Frau ist sehr wichtig in Gratis-Gradis-Gradis-Gradis-Gradis. Ich bin ein Mitglied der Sinderung für Gratis-Gradis-Gradis-Gradis-Gradis-Gradis. Ich bin ein Mitglied der Sinderung für Gratis-Gradis-Gradis-Gradis-Gradis-Gradis-Gradis-Gradis-Gradis. Ich bin ein Mitglied der Sinderung für Gratis-Gradis-Gradis-Gradis-Gradis-Gradis-Gradis-Gradis. Wolfgang Herr Points vongear, improvements zu Gratis-Gradis-Gradis-Gradis peel? Es ist ein W umYY-über Stand des Bms. dass sie sich in der Liederschaft bleiben, und ich glaube, dass sie sehr viel Zeit verändern wird. Es ist Zeit für sie sich in der Liederschaft und sich in der Liederschaft bleiben, um die Gräden zu sein, um die Arbeit zu sein, und wie sie sich in der Liederschaften.